Hier ist Maja von Nightguard. Er ist dran. Hier ist Lea. Ich fühl mich ein bisschen unruhe. Meinst du? Nein. Können Sie mir erklären, warum Ihre Truppe ohne klaren Marschbefehl ist? Wir sind auf Sondereinsatz. Mit welcher Vollmacht? Vollmacht von ganz oben. Ganz oben. Und wenn es dann auf einmal weg ist, dann bin ich nicht mehr der, der ich bin. Und dann bin ich erstmal niemand. Ich bin hier, um Ihnen die Räumungsmitteilung zuzustellen. Du kommst hier hin, Jan. Und du machst einfach hier... Du fallst mich nicht an! Wir werden die Gelegenheit nutzen und hier mal ordentlich aufräumen. Dankeschön. Die Diskussion um die Bevölkerungshalierung hat an Schärfe zugenommen. Ansonsten. Und anstimulant. Untertitelung des ZDF, 2020